Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Vielleicht soll ich noch ein bisschen rumfuchteln? Ne, aber jetzt geht's auf jeden Fall los. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King mit einem 100% Felino aus Sigmundsburg, Thüringen. In Thüringen, ihr wisst, das grüne Herzen Deutschlands, ne, nimmt man natürlich gerne mit. Auch ein nettes Pokémon von Iswo, da freut er sich immer, wenn er Felino oder Morlord findet. Dann der Gefer, der Rihon Seeday ist schon vorbei, aber der hat nachträglich noch ein Shiny Rihon gebrütet. Ihr seht das hier oben, der Sternenstaub, der reinfliegt und die Rihon Bonbons, 17 Stück, dass das also nicht gefangen ist, sondern gebrütet. Und was habt ihr als letztes Shiny gebrütet? So oft kommt das meiner Meinung nach nicht vor. Außer wenn Events sind und man wirklich auf Baby- oder Alola-Jagd geht und explizit Siebene Eier brütet. Aber aus den anderen Eiern ist das eigentlich eine Seltenheit. Dann der Weigel Dennis, der hat ja einen Shiny-Quapsel gefangen. Aber nicht nur das, auch ein hundertprozentiges Ammonitas, ein hundertprozentiges Lucky Rihon. Das merkt man uns mal, denn auf der nächsten Seite seht ihr nicht nur ein Shiny-Mauzi, sondern noch ein hundertprozentiges Lucky Rihon. Und er schreibt, mein Lack heute. Das ist also alles in kurzer Zeit entstanden. Ihr seht, hier ist aber ein gelber Account, hier ist ein roter Account. Also beide Accounts, der gelbe und der rote, haben ein hundertprozentiges Lucky Rihon bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Richtig gutes Pokémon, richtig starkes Pokémon. Richtig cooles, starkes, habe ich beides schon gesagt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn das noch Shiny gewesen wäre, richtig krass. Dann auch der Rob, der hat hier ein Krypto-Shiny-Pinsier bekommen von den Team-Go-Rocket-Leadern. Und das meine ich, das hasse ich so. Wenn ich nämlich dieses Bild, da sieht man das ja richtig groß und wuchtig. Da steht aber kein Name dran und nichts. Nicht wie bei WhatsApp oder Facebook, wenn da jemand was schickt. Deswegen muss ich das immer so abscreenen, dass ich auch weiß, von wem das überhaupt war. Aber da ist das Bild halt klein und mickrig, weil es nur so in der Vorschau kurz gezeigt ist. So sieht das natürlich besser aus. Deswegen muss ich dann immer zwei machen. Vom Rob auf jeden Fall das Shiny-Krypto-Pinsier. Auch sehr cool. Da passt auch schön der Hintergrund und diese Aura, die das umgibt, zu der Shiny-Farbe. Stefan Landei dann hier mit einem Shiny-Partyhut-Pikachu aus dem Event. Ist ja schon vorbei. Da müsste ich eigentlich auch noch eine Fazit-Event-Ausbeute-Folge machen. Und über das Event mal reden. Das machen wir vielleicht morgen. Ich hoffe, es passiert nichts weiter, dass ich das morgen machen kann. Auch der Vorbelastet hier mit einem Shiny-Partyhut. Evoli, Fischi kommt an, Sportlehrer, alle antreten. Kind namens An. Ripp An. Ist An ein Name? Habt ihr schon mal jemanden bei euch in der Klasse, auf Arbeit, irgendwo in der Gemeinde gehabt, der An hieß? Aber theoretisch ist alles möglich. Und dieses verschreckte Pikachu einfach alle antreten und an, macht sich in die Hose. Dann der Sandro auch. Erstes Ei. Habt nicht mal einen normalen Starter mit Hut. Aber hat natürlich einen Shiny-Glumander mit Partyhut bekommen. Denn das war die ganze Zeit so, dass ihr in den Siebner-Eiern wirklich nur die drei Starter mit Partyhuten drinne hattet. Jetzt nach dem Event sind wieder die Fossil-Pokémon zurück, was die Leute auch nicht verstanden haben. Die haben gesagt, okay, jetzt gehe ich weiter auf Baby-Jagd, auf Alola-Jagd. Aber es wurde ja vor dem Event angekündigt, dass da eben jetzt die Fossil-Pokémon drin sind. Und während des Events hat sich das geändert für den Event-Zeitraum. Aber nach dem Event sind dann eben auch wieder die Fossil drin, weil das war ja das Offizielle, was normal stattfand. Während des Events konnten die aber nur Glumander-Schiggy und Bieser-Samen brüten. Alle mit Partyhut. Und haben etliche, glaube ich, auch schönen Shiny mitgenommen. Bockwurstking, gerade wild gefangen, ein Shiny-Stu-Lunior. Level ist zwar nicht so krass, aber hat relativ gute IV. Vor allem auch 15 Angriff. Hogefreak, Red. When this asshole comes back. Hüpse, Coronavirus. Oh mein Gott. Jetzt wissen wir natürlich, was passiert ist. Wer dran schuld ist. Pokémon hat das Ei geführt. Dann Bockwurstking nochmal mit einem Shiny-Partyhut-Evoli. Bockwurstking, Shiny Nummer 3 heute. Auch mit einem Partyhut-Pikachu. Hä? Jetzt muss ich mal zurück. Wo war denn das von... Ach nee, das hat sich auch gefreut. Aber seins freut sich einfach noch ein Stück mehr. Nicht, dass ich da irgendwas Falsches erzähle. Dann beim Dragonite. Heute mal ein Lauf. Dafür kam lange Zeit auch Nix. Der hat den Shiny-Panzer-Aeron mitgenommen. Der hat noch ein paar Luckys gehabt. Die habe ich aber nicht mit reingenommen. Denn die hatten jetzt nicht so sonderlich gute IV. Da nehme ich ja eigentlich immer nur... Ähm... Ja, 100er oder 98er von Bockwurstking. So, obwohl da habe ich auch aus Versehen eins gelöscht. Dann auch noch Dragonite. Aber aus der Nähe von Steinbach, Hallenberg, Thüringen. Ein Shiny Alola Mautzi. Muss noch ein altes Ei gewesen sein. Und dann hat er noch ein Shiny Onyx. Bekommen sogar auf relativ gutem Level. Auch einigermaßen gute IV. 89. Da braucht er aber keine mehr davon. Er hat schon drei normale Onyx jetzt noch als Shiny. Und ein Stahlos entwickelt. Onyx sowieso immer noch erhöhte Shiny-Rate. Auch als das in die Rampenlichtstunde kam, haben einige da eins mitgenommen. Jetzt seht ihr... Jetzt wissen wir, wie Dictry unter der Erde aussieht. Von Pokefreak Red. Oben so richtig böse und brutal. Und unten seht ihr dann, was im Backstage-Bereich der WWE vor sich geht. Vor allem diese rosanen Nippel dazu. Und dieser rosane Slip. Also... Ich glaube, so ein Bild kriegt man nie wieder aus dem Kopf. Dann der Dennis Weigl wieder. Mit einem Shiny Glumander Partyhut. Mit einem Shiny Potrott ohne Partyhut. Mit einem Shiny Shiggy mit Partyhut. Mit einem Shiny Evoli mit Partyhut. Und mit einem 100%igen Shiggy mit Partyhut. Der hat also ordentlich abgesahnt. Sahn abgegrast. Der hat ordentlich abgesahnt. D'Agro mit einem 100%igen Unratütox. Auch eins der neueren Pokémon jetzt. Dieser Haufen Müll. Einfach nur. Nimmt man aber gerne mit. Auch D'Agro mit einem Shiny Pikachu mit Partyhut. Auch D'Agro mit einem Milzer gebrütet. Ich glaube, das war sogar sein... Pokédex-Eintrag. Und gleich ein 96er. Zwei Wärter auf 15. Also das auf jeden Fall aufheben. Und alle Sonderbonbons, die man jetzt kriegt, würde ich einfach da reinpropfen. Und das irgendwann mal entwickeln. Warum nicht? Ein 96er das ist. Wenn ihr ein 96er-ReiQuasa bekommen mit den Werten, würdet ihr das ja auch hochziehen. Dann macht es mit Milzer doch bitte auch. Dann der Hannes hier mit einem Shiny Kaumalat. War glaube ich auch... 23 Bonbons. War das auch. Ein aus dem Ei gebrütet. Pokédex-Eintrag. Und Shiny direkt. Das erste Shiny aus dem Ei direkt. Der, der da ist. 86. Noch mit einem Shiny. Partyhut. Evoli. Ihr seht, da gingen richtig viele raus. Bockwurst King. 100%. Pico Chiller. Frank Behrendt mit einem Shiny. Sichlor. Dann Fischi. Wer die Folgen verfolgt hat in Erfurt. Da müsste heute Abend übrigens, genau heute Abend 20 Uhr, müsste die Rückkehr aus Erfurt kommen. Das Wiedersehen mit Adi. Und dann sind die Folgen aus Erfurt eigentlich alle um. Aber ich habe ja da ein Rate gemacht, wer im Glashaus sitzt, ne. Und habe ewig diese blöde Arena gesucht, um da hinzukommen. Überall nur Baustelle. Und ich habe mich halb 20 Mal verlaufen. Und der Fischi jetzt ganz locker. Wer im Glashaus sitzt, at MC Ramses, ne. Wer im Glashaus sitzt, Mission Completed. Der war nämlich auch da. Einfach bei der Arena. Bei diesem Glashaus. Sehr coole Sache. Dass er so... Adi, was ist denn schon wieder? Der Adi flitzt schon wieder durch die Gegend. Wie so ein Kanickel. Vorbelastet. Aus einer Quest. Shiny Carbator noch mitgenommen. Dennis Weigl endlich. Shiny Wampel. Dann der Alex Hoffi. Sowas nimmt man gerne mit. Ein 100%iges Klon Glurak. Und das sieht ja richtig genial aus. Als 100%iges würde ich das auf jeden Fall hochziehen. Vor allem, weil die ja auch die speziellen Seatday-Attacken haben. Oder er tut sich halt für die 2500er Liga zurechtwachen. So könnte er es auch. Da muss er nicht so viel reinstecken. Der Konstin hier endlich auch mal ein Event-Shiny. Mit einem Shiny-Partyhund Pikachu. Eins ist kein Step. Deshalb gab es noch eins. Gleich noch ein zweites hinterher. Und... Och ne, das ist schon wieder der andere. Und dann wieder der Alex Hoffi. Das habe ich gerade beim Aufräumen gefunden. Ihr seht immer, wenn die Leute was über Discord schicken. Ihr seht, wenn die Leute was über Instagram schicken. Ihr seht, wenn die Leute was über WhatsApp oder sonst was. Das sieht alles unterschiedlich aus. Jedes Mal muss man den Namen suchen. Aber hier auch 100%iges Partyhund Evoli. Kann man ja nicht entwickeln. Da gab es ja auch Stress, ne. Ob man Nidorino überhaupt entwickeln kann. Ich habe gleich gesagt, nein. Und ich hatte wieder mal recht. Wie immer, Ramses ist der Rechthaberische. Dann der Sören hier mit seinem 100% Quapsel. Wo er auch wissen wollte, zu was er das denn entwickeln soll. Quapo oder Quaxo. Ich habe gleich gesagt, Quapo ist auf jeden Fall das coolere Pokémon. Setzt man auch häufiger ein. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwas mit Quaxo gemacht hat. Fischi, gerade Wild auf dem Kleinen bekommen. Das ist natürlich auch cool während des Events gewesen. Die Wildspawns. Dass da einfach mal die fetten Weiterentwicklungen gesessen haben. Machomai, Dragoran, Nido King, Nido Queen. Irgendwas. Es gab eigentlich immer coole Sachen. Fischi auch. Das eben noch aus der Battle League bekommen. Ein 98er Relaxo mit 1840. Ich habe schon seit 100 Jahren keine Battle League mehr gespielt. Dann war der Gengertag, der Gengertag und Nidorino Tag. Da hat der Max, die Blechgoldsau, einfach ein 100%iges Gengertag bekommen mit Partyhut. Frank Behrend hier, Shiny Nidorino. Fischi auch mit einem Shiny Nidorino. Zwei Raids. Beides, was man nicht braucht. Warum auch immer. Ich nehme sowas gerne mit. Und auch ein 100%iges Nidorino mit Partyhut. Da seht ihr schön den Unterschied. Das normale und das als Shiny. Das finde ich sehr cool. Dieses bläuliche gefällt mir eigentlich richtig gut. Dann der Kenny auch hier mit einem Shiny Gengar. Der Frank Behrend mit einem Shiny Gengar. Der Kenny nochmal mit einem getauschten 100%igen Glücksmedity. 93 BP. Gut, das Level ist schlecht, aber kann er ja hochziehen. Also für die Go Battle League oder generell für PvP ist Meditalis trotzdem immer noch ein relativ gutes Pokémon. Mitchell auch mit einem Shiny Miraplar gefangen. Sieht man. Sechs Bonbons. Der Constine. Erster Raid von sechs Shiny Gengar. Noch dazu mit Wetterboost. Ein zweites Shiny Gengar. Und zu guter Letzt noch ein Shiny Nidorino. Also bei sechs Raids drei Shinies. Das ist auch schon heftig. Obwohl ich ja Bilder von anderen Leuten gesehen habe. Die sind ja wirklich fünf Gengar gemacht und drei Shinies bekommen. Das ist heftig. Dann vom Hannes nochmal. Hi Chef. Kann heute nicht zur Arbeit kommen. Warum? Weil da liegt ein Relaxo im Weg. Das sieht toll aus. Da würde ich mich sofort drauflegen und einfach mal eine Stunde schlafen. Oder mehr. Auch D'Agro mit. Vor allem auch. Und D'Agro dann mit seinem dritten 100er Lavita aus dem Rocketrübel. Mit dem kleinen. Obwohl er gerade mal 91 Stück gemacht hat. Also bei 91 Rocketrübeln schon 300er Lavita. Das ist echt krass. Und gerade jetzt wo auch die Krypto-Pokémon ja sowieso stärker sein können. Und besser und größer und genialer einfach nur. Aber gut, wenn ihr die erlöst. Dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber das würde jeder erlösen, weil es ja ein Hunderter ist. Dann eine Meldung. Die fand ich richtig genial. Man kennt dieses Bild ja so oft, wie das immer irgendwo genutzt wird für irgendwelche Sachen. Und jetzt auf die momentane Bannwelle bezogen auch. Ein 100% Shiny Gengar. Er freut sich halt. Mega. Und dann danach die Benachrichtigung. Sein Konto wurde für 30 Tage gesperrt. Schnauze voll und Handy aus dem Fenster geschmissen. Das finde ich so genial. Also das müsste der Witz der Woche sein. Das trifft aber so viele Leute. Ich habe von so vielen gelesen. Hier, boah, auch erwischt. 30 Tage, 30 Tage. Scheiß, nein, endlich. Wir stecken jetzt so viel Geld rein. Wir machen so viele Rates. Und jetzt, bam. Wenn die Ledger-Spieler nur noch zählen, dann wird es der Umsatz schwächste Monat. Mal gucken, wie sich das noch alles entwickelt. Aber ich glaube, die Hardcore-Spoofer, die basteln sich eh direkt einen 9-Account und machen einfach weiter und stecken dann da alles rein. Deswegen wird da wahrscheinlich gar kein Unterschied zu sehen sein. Tobi hier auch noch mit einem Shiny Nidoran. Weiblich. Bockwurst King in der Go-Battle League. Ein Shiny Lapras einfach mal mitgenommen. Stefan Landei. Schöner Bug. Der hat aus der Meisterliga nämlich einen Voltolos bekommen. Mittlerweile wissen wir aber, dass das kein Bug ist, sondern so gewollt war, dass in den Gebieten, wo der Coronavirus so weit fortgeschritten ist, da in dem Asienraum und in Italien und was weiß ich wo, weil die eben jetzt eingeschränkt sind mit Pokémon, da ja auch der Raid Day nicht stattgefunden hat. War das schon zu der Zeit? Ja, ich glaube schon, dass eben für die es möglich sein sollte, jetzt auch Legendäre und Raid-Bosse aus der Go-Battle League zu ziehen. Und dann haben sie das aber aus Versehen für alle freigeschaltet, wollten es dann wieder zurücknehmen, haben es mittlerweile jetzt aber doch für alle freigeschalten, dass sie jetzt also theoretisch auch Legendäre aus der Meisterliga ziehen können. Wie lange das so bleibt, ob es jetzt nochmal umändern oder nicht, das wissen wir nicht, müssen wir im Auge behalten. Dann hier auch der Dennis Weigl, bestes Siebner-Ei, nicht 100% Blumanda mit Partyhut. Ich meine, wenn man es entwickeln könnte, zu einem 100er Glurak, okay, aber so hat man halt nur was für die Sammlung, ist doch trotzdem aber selten, sage ich mal, gab es auch nur in einem bestimmten Zeitraum, also würde ich auf jeden Fall aufheben. Bockwurst King auch aufgestiegen hier zu Level 40, dann der Sermin, weil wir es im Livestream am Montag über Garados hatten, dass es doch eigentlich ein cooles Pokémon ist, aber immer mehr vernachlässigt wird. Hat gesagt, hier passend dazu hat er einfach mal 400%ige Garadosen gehabt. Und er hat auch endlich seinen Quabo entwickelt, hochgezogen, wenn das das ist, vielleicht ist das auch, ich glaube, er hat schon eins, was er zu Quabo gemacht hat und wusste nicht, was er mit dem Zweiten machen soll. Aber Quabo, trotzdem, guckt euch das an, das sieht cool aus, Quaxo sieht auf jeden Fall nicht cool aus. Und damit macht man was, mit Quaxo nicht. Bier Benni in seinem ersten Raid, in seinem ersten Voltolos-Raid, gleich ein 98er mitgenommen. Nochmal ein Bild zur momentanen Bannwelle, wie man sieht, da der 30-Tage-Bann. Na, Yannick freut sich auf der Beerdigung. Die ganzen Shinies, die ganzen 100% Shinies, vor allem steht da einfach mal 100% Shiny-Rüstungs-Mewtwo dabei, was es ja überhaupt gar nicht gibt. Aber das Bild spricht auf jeden Fall Bände, ne? Bockwurst ging noch mit einem Shiny-Zwirrlicht. Melanie hat mir noch ein Bild zukommen lassen. Die Spoofer-Box. Removes one strike against your account. Can only be bought once per year. Also das nimmt einen Strike von eurem Account weg, entfernt den, kann aber nur einmal im Jahr gekauft werden. Oder die Spoofer-Box 2 allows the ability to spoof for 24 hours without incurring a strike against your account. Wenn ihr die kauft, könnt ihr also 24 Stunden lang machen, was ihr wollt, spoofen, wie ihr wollt, ohne dass ihr irgendwelcher Gefahr ausgesetzt seid, Strikes zu bekommen oder gefleckt zu werden. Weiß man nicht, was da sinnvoller ist. Ich meine, wenn ein krasses Event ist, dann für 24 Stunden durchziehen, das wär's. Denn ein Strike weg, wenn sowieso einen Tag später der nächste kommt und ihr könnt das nur einmal im Jahr machen. Die erste Box ist auf jeden Fall Mist. Gönnt euch die zweite Box, geht in den Shop, kauft die für 780. Warum ausgerechnet 780? Keine Ahnung. 480, hättest du doch da getan. Dann der Stefan Landein, mal ebenso wild auf dem Twink, also auf seinem kleinen Account. Noch ein Shiny-Mushas, da hat der Gepa ja auch am Raid-Day eins mitgenommen, Shiny-Mushas. Mitchell mit einem 100%, Traunfugil, Terrorzickel. Hat sich Entei gegönnt, Krypto-Entei, was mir ja einfach komplett entgeht und was ich nicht haben werde. Wenn sie das erlöst, wird's auch ein 100%iges Entei. Glückwunsch, würde ich auf jeden Fall machen. Obwohl, ja, dann hat sie halt kein Krypto-Entei mehr. Aber vielleicht kommen die ja eh, heb's erstmal auf. Entei braucht man ja eh so gut wie gar nicht. Dann bei Popwurst King noch ein 100% Toxipad. Beim Mew, der hat seinen Buddy auf die Dicken genannt. Ein dickes, fettes, blaues, sieht aus wie ich mit meinem Hemd. Relaxo, auf die Dicken. Und das letzte Bild von Paiku. Das Bild ist aber geil. Der hat gezeigt, wie es bei mir zu Hause aussieht. Beziehungsweise ist das nicht bei mir. Aber er hat auch gesagt, so stellt er sich das bei mir vor. Da seht ihr mehrere Tablets, Handys, alles angestöpselt. Und überall eine Bannwelle drauf. Beziehungsweise die Red Warning. Und das ist halt momentan immer noch ein heftiges Thema. Und man sieht, viele Leute betrifft das. Auch viele Zuschauer von hier. Viele generell auch auf Facebook, auf Insta. Überall, was man so liest. Da merkt man erst mal, wie viele Leute wirklich heimlich gespooft haben. Oder sich eben einen Vorteil verschafft. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Was es so noch für Möglichkeiten gibt. Oder wer jetzt anfängt, Gletscher zu spielen. Oder wer komplett aufhört, weil bei ihm keine Rates zustande kommen. Und auch sonst nichts los ist. Also ich denke trotzdem mal, ohne Spoofen wird die App sich nach hinten entwickeln. Also es wird nicht mehr so viele Spieler geben, wie jetzt eben zur Zeit. Denn viele, die wirklich da so hardcore drin waren, die werden... Das war wieder ein anderes Thema. Darüber redet man jetzt nicht. Wir kommen jetzt nämlich noch zum Schocker der Woche. Und den Schocker der Woche schickt uns der Danny Österreich, also der Bisa-Fan-TV. Der hat hier nämlich einen 100% Shiny Partyhut-Gänger. Am 1.3. in der Nähe von Kritzmov, Kritzmov, Mecklenburg-Vorpommern. Ist aber nicht seins. Hat er geschrieben, für Raid am Mittwoch es ist. Shiny ist von Marvel. Also, der Marvel hat ein 100... Marvel? Geil. Ich wusste gar nicht, dass die Kompanie Marvel zockt. Mit einem 100% Shiny Partyhut-Gänger. Was ist das aber für ein Deutsch? Ich meine, da müsst ihr euch wieder Satzzeichen reindenken, wo keine sind. Oder man redet wie Yoda. Für Raid am Mittwoch es ist. Shiny ist von Marvel. Also, das sind eigentlich zwei Sätze. Für Raid am Mittwoch es ist. Und dann noch zur Erklärung, dass Shiny ist von Marvel. Aber es sollte ja heißen, für Raid am Mittwoch... Es ist Shiny... Ist von Marvel... Ja, ich war nur erschrocken. Finde ich aber trotzdem cool, weil es auch ganz aktuell war mit dem Gänger, Raid-Day und so weiter. Es gibt so viele Sachen, die noch passiert sind, die ich mir abspeichern musste. Für später, fürs nächste Mal, für was weiß ich wo, werdet ihr alles natürlich noch sehen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh... Raid am Mittwoch. Wir zeigen euch die Highlights und den Schocker der Woche. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.